Sekt oder Selda? Äh, Sekt. Bier oder Whisky? Äh, boah, beides. Äh, beides. Aber, ähm, ja, wenn wir von der Kunde Whisky sprechen, dann beides. Okay. Aber, äh, viel für beides. Es ist egal, es scheint mir abzuschauen. Currywurst oder Mettbrötchen? Äh, beides nichts. Beides nichts? Ja, das ist, äh, Curry und Brötchenwurst. Schokolade oder Chips? Äh, Chips. Auf jeden Fall. Couch oder Peeps? Äh, Kino. Bambolo oder Buch? Blond oder Brünett? Äh, boah, keine Ahnung. Rot, Grün, Blau. Blond, Brünett. Also, alles. Alles. Beides. Twitter oder Facebook? Äh, Facebook. Jobnator oder Hangover? Äh, Hangover. Anruf oder WhatsApp? Anruf. Gitarre oder Klavier? Gitarre. CD oder Bibel? Gitarre. Ja, ich bin mal gut. Okay. Ich bin mal gut. Ich bin mal gut.